Das nächste Finale steht am Finale Herdoppel. So, Herr Dauer, Herr Dauer, wir greifen Sie mit Beifall die Spieler für das Finale im Herdoppel, begleitet von den Schiedsrichtern. Das Finale ist eine große Herausforderung. Das Finale ist eine große Herausforderung. Applaus Wir freuen uns, begrüßen zu dürfen als Tottel Patrick Bauch und Dimitri Ovtcharow. Applaus Und wir greifen noch in die Finale als Bastian Steger, Max Hütscher. Applaus Und ich bitte noch eine Begrüßung und freue mich auf ein spannendes Spiel. Applaus Und ich bitte noch eine Begrüßung. 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 Und ich bitte noch eine Begrüßung.